Niemand wird uns kriegen, das kannst du aber wissen. Okay. Aua, das hat wer. Okay. Man sollte meinen, es ging um Gold, oder um wenigstens, um nichts als Medizin, um alle Zimmerlein zu verlieben, die bei Ihnen an Bord büten. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Sarge. Weißt du, wenn wir so verpestet wären, mein Guter. Und hätten wir bestimmt nicht das Verlangen an solchen Zeug. So. Ich laufe den mal weiter hinterher. Was, der Scheiß? Gut. Hoffmann Wild ist kein geduldiger Mann. Du hast mich aufgeregt. Was? Was? Alarmglocke? Während ich kämpfe? Seit wann das denn? Oh Mann, ich will das nicht. Zum Glück, ich kann mich auch gar nicht dafür entschuldigen, weil ich mach's beim nächsten Mal wieder so falsch, weil ich bin einfach nicht gut in sowas. Was war denn jetzt los? Ey, ohne Mist, dafür konnte ich jetzt nichts. Was soll das? Ey, die Mission kriegt bei mir gleich null Sterne. Okay, nochmal. Sind wir denn besser? Okay, diesmal hat er mich nicht gesehen. Alter, ich bin auf dem Riethof. Drei Berserker, okay. Stopp! Oh, stopp! Kennen wir ja, rennen! Rennen! Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Die wird gleich... Die wird gleich... Ja, ach, Mann! Habe ich ihn aufgehalten, oder was? Ne, ich werde die... Ich werde dich trotzdem desynchronisiert. Entschuldigung, bitte, Sir. Es gab ein Unglücksfall. Oh, ich wurde nicht desynchronisiert. Entschuldigung, bitte, Sir. Es gab ein Unglücksfall. Gefreite Sahne. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldaten? Sprich... Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest, soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit, aufzu... Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal, wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, passt niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahin raffen... Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Töten, 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 töten. Töten, töten, töten. Töten, töten, töten. Ich werd' ihn töten. Lalalala! Das gehört mich schon besser. Töten, tüten, 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 tüten. Alter! Wieち. Genau Herr Busse Alter, ernsthaft Wuuu Manche Menschen brauchen sich eh viel Glück die haben im Leben Oh, schneller! Oh, das gibt's ja nicht! Was ist hier jetzt schon wieder? Ohne Mist, die bist du und kriegt von mir nicht viele Sterne Man sieht nichts Und die sehen einen So, nochmal der ganze Mist Ach, hier sind noch mal keine Soldaten mehr hier, das ist schon klar So Den ganzen Mist hier nochmal machen Jetzt halt aber nicht das Reste da hinten So, Cammy ist auch nicht unbedingt der Schnellste Äh, so Rüber, rüber, rüber Rüber, rüber, rüber Komm, 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 komm Ich frag mich, wie das explodiert ist Der ist da unten Hey, wie stellen die mal rennen können, die Typen, ey Denkst du, die machen alle Kampfsport aufs Übelste Du bist ja nau Na also Oh Gott Oh Gott, steh mir bei Und schlachte diese Teufel Aho Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam Du magst ihn dafür verfluchen Doch Medizin war alles, was er wollte Und nun bekommt er sie Hättest du doch verhandelt, Freud Endlich Er ist zurück, Captain Was hast du? Zwei Kisten Und genug Material, um noch mehr herzustellen Ah, du hast mitgedacht Es ist verflucht selten heutzutage Habt ihr gehört, Mr. Wreggs? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Vance Der Gouverneur rüstert sicher schon neue Soldaten Na, sie geht nur mal vor Ich habe noch etwas im Norden zu tun Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und müdliche Reise wird Klopfe ich lieber an die Tür des Teufels Als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen Wir sehen uns wieder, Junge In dieser Welt Oder dir da runter Schade eigentlich, sehr schade Ja, Schlafpfeile gegen Grogodile einsetzen wird sich verarschen Die finden... Hier, Feedback kannst du gerne haben Feedback, so Es gibt nur drei Sterne Ich kann gar nicht schlecht ergeben, weil das Spiel ist an sich auch gut Ich war nur unfähig Aber es gibt nur drei Sterne Fortsetzen Archive and Unlocked Mix it up the medicine Hinweis, halten Sie Die Aktion 29 you play Auch wunderschön Ich bin auf dem Weg nach oben Und wir möchten mit uns darüber reden, auf dem Material, der Sie diesen Monat gesammelt haben mit einem Träger zusammenzustellen Dann entspannen, ich treffe Sie im Aufzug Achso, na gut, dann begehen wir uns aus dem Aufzug Die Frau... Wir haben ja hier in der Realität auch scheiße gebaut, ne Möchte man mehr oder weniger sagen, wir sind ja Templer, auch ein bisschen ich wissen Oder wir arbeiten für Templer Flipp Wohin? Ich habe mir Ihr letztes Material angesehen, atemberaubend Blackboard war irre Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben Vielleicht am Anfang ein Umtrug, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte Dann schnitt auf ihn, wie er vom Decks eines Bootes springt und... Pardon, Schiff, kein Boot Er springt vom Decks eines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber... Das wird super! Allein der Gedanke daran lässt mich ja schauen... Meines sein Name Blip Fortsch du Musik Blip 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 Okay Sie können gleich Also Sie wollen da rein, ich darf hier nicht rein Ich komm da mit rein, das kannst du aber wissen Ich kann da nicht rein Achtung Moment, natürlich hast du dich, wie zum Wegpunkt auf deiner Karte, ich hab noch einen Job für dich Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert Bist gleich rechts neben Oliwes Büro, wenn die am Anfang erler macht, du so, als müsstest du auf die Toilette Okay Dum 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 Wir machen wieder Scheiße, wir bauen wieder Scheiße Noch eine verschlossene Tür, kein Problem Holen Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2 Nicht schlecht für einen Anfänger, wenn du zuerst die Kamerasteuer hoch Okay Das soll uns sicher Wow Desmond Miles Ich glaube wir sind da, wo wir nicht hin sollen Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Bälle anzupassen Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert, sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zug bekommen Okay Das sah schon ganz gut aus Das sieht auch nicht schlecht aus, ja, ja Oh Oh, das war leicht Dum 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 Wir haben ein Jackpot geknackt Und wenn die Informationen zu Assistenen, Templern oder dem Observatorium wollen, oder was auch immer uns interessiert, Olivier hätten wir sie liefern Basta Mhm Ich verstehe die Tischer, tut mir leid, wenn das falsch rüberkommt Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können Es ist ihr Job, da die Balance zu finden Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein bisschen größer und wichtigerer Projekte zu bezahlen So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken Verstehen Sie? Interessant Wir sind an Bord, Leticia, keine Sorge Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit Gut, vielen Dank Ihnen beiden Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting Olivier Ich freue mich darauf Bye-bye Tabernack Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch Kommen Sie Also, was jetzt? Wir tun, was die Legi verlaubt Wir suchen das Observatorium Na, dann machen wir das mal Hahahaha Assassinen, Templer Alle verrückt Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht Warum richtest du dich in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker Du gehörst mir Was ich damit meine ist, ich will ihr natürlich nicht das Leben verzauen Also tu einfach, was ich sag. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Zeig mal her.